hallo und willkommen zurück auf meinem kanal heute kurz mit der auflösung der verlosung des 300er giveaways und das war dieses schöne kirschow concierge so dann werde ich die ziehung gleich mal vornehmen und dann schauen wir mal da hat das ganze doch schon wunderbar funktioniert herzlichen glückwunsch dem gewinner den schreibe ich dann gleich an ja kommt das messer kommt mit verpackung das paperwork ist mir leider mal verloren gegangen das ist passiert mir relativ selten aber hier ist es mal der fall ich hoffe das ist trotzdem zu verschmerzen und wünsche schon mal viel spaß mit diesem stachel was wir natürlich traditionsmäßig hier immer noch zusammen durchführen ist eine zweite runde und da habe ich natürlich noch was vorbereitet das ist dann schon wieder wie das special infest und zwar würde ich noch ein modell von ganz so mit herausgeben ganz so nothing ist impossible und zwar dieses etwas gewöhnungsbedürftige modell mit grünen g10 und hier edelstahl ich habe das vor geraumer zeit schon mal vorgestellt würde ich den link wieder hier oben mit hin packen ich hoffe auch hier aber schauen wir mal ja an sich ein schönes messer allerdings etwas schwer aber einzelheiten sind ja sozusagen dem clip zu entnehmen das modell g7 431 genau das ist spitz und massiv gearbeitet frame block die pocket clip als an sich auch eine sache die man sich mal anschauen kann das wäre sozusagen der nachschlag und ich sage wir machen das wieder so wie beim letzten mal im laufe der kommenden woche schreiben alle die interesse daran haben einen kommentar unter dieses video und dann kommen wir in der woche zu einer neuen auslosung würde sagen machen wir so das ist der nachschlag das besser ist schon weg ich danke für die aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten messer